Moin Moin, ihr Wasserratten. Los geht's, ich beeil mich schon. Muss er jetzt weiter. Ahoi Leute, ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was das für ein super tolles Outfit ist. Das ist mein neuer Sack Bikini. Haute Couture, frisch aus Paris. Die Kutte von Gettersdorf von Claassen aus der Kollektion Fluchstücke. Don't destroy the art. Ja, deswegen. Ich kann halt nie. Gar nicht mehr anders bewegen. Jetzt müsste ich noch so ne Decke oben drauf haben. Meine Jacke, meine Jacke.